Hallo und herzlich willkommen zurück zum großen Magix Training und ich möchte in diesem speziellen Teil mal die Loop Verwaltung ansprechen. Magix hat zwar die Möglichkeit unsere Loops zu analysieren, als auch uns darzustellen letzten Endes als importierbare Elemente, aber ich für mich habe festgestellt, ja, ist alles gut und fein, aber alle Loops, die ich habe, werden hier dennoch nicht unbedingt angezeigt. Und es ist auch schwierig zum Beispiel, insbesondere wenn man dann ein größeres Projekt hat, nach bestimmten Elementen zu suchen. Das heißt, es gibt zwar hier die Unterteilung in Drums, FX, Gitarre oder ähnliches, aber ja, auch hier, wenn ich jetzt nur auf Vocal gehe, kann ich ja mal eingeben, dann sucht Magix hier, ja, sozusagen Elemente raus aus diesem Bereich, aber es wurden keine Ergebnisse für die Suche nach Vocal in ihrer Auswahl gefunden. Das heißt, es ist ja eigentlich eher nachteilig dann wiederum, wenn man die Elemente, die man braucht, nicht findet. Und deshalb habe ich mich mal umgesehen, welche Plugins es so am Markt auch gibt, die man nutzen könnte, um dem Ganzen, ja, ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und da bin ich auf eine kostenfreie Version gestoßen, die möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen als alternative Plugin-Verwaltung. Ich gehe da mal rauf, das Ganze nennt sich LoopCloud, ist eine Software, die könnt ihr installieren auf einem Rechner oder eurem Rechner und ermöglicht es euch, nicht nur eure eigenen Samples zu verwalten, sondern eben auch im Bedarfsfall natürlich welche zu erwerben. Und das geht hier über Credits, das heißt, ihr habt ja ein Kontingent von bestimmten, ja, Loops, die ihr ohnehin mit dazu bekommt. Auch beim Start gibt es ein kleines Kontingent, ansonsten könntet ihr euch ein paar Münzen sozusagen virtuell stehen und habt dann die Möglichkeit, hier verschiedene Samples auch mit käuflich zu erwerben. Ja, und das Schöne ist, LoopCloud bietet selbst eigene Samples an, also zum Beispiel New Inspiration vom Loop Masters. Loop Master ist sozusagen ein Anbieter auch auf dem Sample-Markt, der verschiedene Elemente bereitstellt, die man käuflich erwerben kann. Und ich schaue mal hier eben rein, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedlichste Dinge. Ihr müsst das natürlich erst mal konfigurieren, da möchte ich jetzt auch gar nicht so großartig darauf eingehen, weil ich denke, das könnt ihr euch selber aneignen, die Kenntnisse und das ist auch recht gut erklärt bei LoopCloud, wie man das Ganze nachher macht. Viel wichtiger ist an der Stelle tatsächlich, dass ihr also schon seht, es ist ein großer Aufbau von verschiedenen einzelnen Samples und es ist eine ordentliche Untergliederung, hier nämlich eine BPM-Anzahl unter Umständen, wenn diese dann angegeben ist. Ihr habt hier die Instrumente, unter die es abgelegt werden, also Tags sozusagen, die vergeben werden pro Sample, finde ich auch ganz wichtig. Und ihr habt hier verschiedene Formate, dass ihr also auch seht, was ist das für eine Art von Format. Ist es ein Loop zum Beispiel, ist es ein One-Shot oder zu welchem Genre gehört das Ganze. Also eine wunderbare Loop-Verwaltung. Ihr habt die Möglichkeit dann auch praktisch, das sind so einzelne Verzeichnisse, wenn ihr jetzt mal rauf geht, habt ihr so die einzelnen Samples, die könnt ihr jetzt anklicken und wenn ihr mögt, könnt ihr diese auch hier abspielen. So klingt das Ganze. Neu hinzugekommen ist in dieser Variante von Loop Cloud auch, dass ihr die Möglichkeit habt, bestimmte Elemente auch direkt mal hier zu editieren. Das heißt also, hier reinzugehen in diese Loop Samples, könnt ihr praktisch auch hier schon ein bisschen beschneiden, umsortieren. Dafür habt ihr hier Editierwerkzeuge zur Verfügung und habt dann eben alles Mögliche an Bord, was ihr letztendlich braucht, um ein Sample vorzukonfigurieren. Bevor ihr es praktisch herunterladet. Ja, jetzt haben wir dieses Sample hier und das ist ein Free Content. Man sieht das hier unten an dieser grünen Schaltfläche und das kann ich mir praktisch dann auch auf meine Festplatte herunterladen. Der eigentliche Vorteil besteht jetzt aber darin und ich ziehe das Fenster mal runter. Ich werde das also mal minimieren. So, jetzt müssen wir es mal rübernehmen. Doppelklick drauf, dann kann ich es auch verschieben. Ich habe jetzt die Möglichkeit zum Beispiel so ein Sample, was ich mir bereits heruntergeladen habe und ich gehe jetzt mal auf irgendeines rauf hier. So, in der Talkbox zum Beispiel, haue ich mal eben rein. Man sieht jetzt unten auch hier die Tonkurve schön. Wenn ich nicht möchte, dass sich das wiederholt, nehme ich einfach diesen Pfeil hier unten raus. Könnt ihr jetzt also sagen, ich möchte dieses Sample gerne erhalten, dann kann ich das jetzt auch hier herunterladen. Über den Klick auf diesen Free Content zum Beispiel und hätte das dann hier in mein Loop Cloud Verzeichnis. Ja, hier habe ich schon ein paar Sachen erworben. Dann sieht das hier, dass dieses Zahlsymbol letzten Endes hier vorhanden ist. Und aus der Audio-Boutique zum Beispiel habe ich verschiedene Samples schon kauflich erworben, die ich dann auch in meinen Projekten mit einbauen kann. So was zum Beispiel. So und das ist zum Beispiel ein Baseline Sample. Den habe ich auch eingebaut in mein aktuelles Projekt, das man hier im Hintergrund sieht, über das ich dann auch gleich noch mit euch ein bisschen eingehender sprechen möchte. Und dieses Sample könnte ich dann, wenn ich den mag, praktisch per Drag & Drop einfach in mein Projekt ziehen. Ich gehe mal gerade eben hier runter so ein bisschen, mache das Ganze kleiner. Suche mir das Sample nochmal eben raus. Da ist es, das Baseline 125 und per Drag & Drop könnte ich das nehmen und praktisch in mein Projekt hier reinziehen. So, das kann ich schon mal schließen hier, das Fenster. Das brauche ich erstmal nicht mehr. Loop Cloud wird jetzt geschlossen und dann habe ich das Sample in mein Projekt mit eingebunden. Hier ist es eben auch und kann mir das dann separat nochmal bearbeiten und hervorziehen und verlängern. Wie auch immer. Also man sieht das auch hier, Baseliner 12. Das ist im Grunde das selbe Sample, aber eben hier schon im Projekt mit eingebaut. So einfach geht das tatsächlich. Wichtig ist halt die ganzen Genres. Ihr habt also auch Vocals, zum Beispiel nur Bassdrum oder wenn ihr einen TB303 Sound oder ähnliches haben möchtet, dann bietet euch Loop Cloud im Grunde eine wunderbare Möglichkeit, eure Sound Samples wunderbar zu strukturieren. Der Vorteil ist eben, ihr könnt auch eure Magic Sounds, das heißt so das, was Magix euch ja mitgeliefert hat, ebenfalls mit initialisieren lassen in dieser Software und habt dann wunderbare Möglichkeiten aus diesem einen Programm heraus, insbesondere wenn ihr zum Beispiel zwei Monitore benutzt, dann auf dem einen Monitor Loop Cloud öffnen. Da habt ihr ein wunderbares Fenster, wo ihr eure Samples vorhören könnt und zieht sie euch dann hier in dem Fall rechts rein in euer Projekt zum Beispiel, habt dann die Möglichkeit, hier wunderbar alles zu arrangieren, so wie es denn auch sein soll. Eine wunderbare Möglichkeit, bis dahin also viel Spaß beim Erkunden. Loop Cloud heißt die Software, sie ist kostenfrei und ihr habt die Möglichkeit, damit eine ganze Menge Dinge schon anzustellen. Eine wunderbare Soundverwaltung, möchte ich mal so sagen und die ist zu empfehlen auf jeden Fall. Es gibt sicherlich auch noch andere, schaut euch da gerne mal um. Einige sind auch als VST-Instrumente verfügbar, das heißt insbesondere, wenn ihr vielleicht mal nicht mit Magix arbeitet, sondern vielleicht auch noch Abiton oder Ähnliches zur Verfügung habt, dann ist zum Beispiel Loop Cloud auch dort direkt schon mit implementiert, als Möglichkeit, dass ihr darüber sozusagen eure Samples bezieht und in eure Projekte ladet. Hier in Magix, wie gesagt, ist das ja in dem VST-Ordner zwar nicht drin, aber ihr habt die Standalone-Software, die ihr starten könnt und habt dann die Möglichkeit, darüber sozusagen über direkt einen Drop eure Samples trotzdem zu importieren. Der Vorteil ist, ihr seht dort noch ganz, ganz andere Dinge, also auch MIDI-Files und Verzeichnisse, die Magix so vielleicht nicht unbedingt initialisiert hat. Das ist eben das, wie ich im Vorfeld auch schon gesagt habe, was ich so ein bisschen bemänge an Magix, dass es eben nicht unbedingt alle Samples erfasst. Deswegen ist es halt so, ihr habt notfalls immer noch euren Explorer, das heißt also das, was euer Windows-Rechner-System beispielsweise hergibt an Darstellungsmöglichkeiten. Da habt ihr ja auch alle Samples drin auf eurer Festplatte, auf euren Verzeichnissen, insbesondere dann, wenn man mehrere Verzeichnisse hat. Da kommt ja Magix gerne mal durcheinander. Hier könnte man zum Beispiel sagen, in LoopCloud, ja, durchforst du mal bitte die ganze Festplatte C oder ähnliches und dann würde er alle Sound Samples finden. Das dauert eine gewisse Zeit, aber dann hat er eben alle sozusagen initialisiert und katalogisiert und bietet sie euch gesamtheitlich an. Und das ist, wie gesagt, eine doch deutliche Arbeitserleichterung, wie ich finde, im praktischen Ansatz, wenn man denn mit Magix arbeitet und mit vielen Samples hantiert. Die Adon ja auch mehr oder weniger auf unterschiedlichen Verzeichnissen lagern, zum Beispiel auch auf externen Festplatten oder wenn man dann so viele Sound Samples hat, dass man tatsächlich zwei, drei Festplatten unter Umständen befüllt hat mit verschiedenen Samples, dann macht es Sinn, dass man alternative Softwareprogramme einsetzt, um hier mit Magix dann entsprechend auch voran arbeiten zu können. Viel Spaß beim Erkunden. Bis dahin. Macht's gut.